Dann bleibe ich mit einem Pick vielleicht kurz beim Ladethema, weil das war mir irgendwie nicht klar, ich hatte das übersehen und es ist dann doch so praktisch, dass nämlich, schau dir mal an, was man womit laden kann jetzt inzwischen, weil man kann tatsächlich sich ein Ladegerät quasi sparen und mitzunehmen, man kann sich vielleicht sogar ein Lightning-Kabel sparen mitzunehmen, wenn man seine AirPods auf dem Watch-Charger lädt. Das ist so praktisch, so offensichtlich, sollte schon immer gehen, geht jetzt aber dann, das ist so, ich glaube, das geht aber nur mit den AirPods Pro 2. Generation und möglicherweise mit, nur mit denen, ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, aber es ist eingeschränkt, was mit welchem funktioniert. Ja, ich glaube, das ist wirklich AirPods Pro 2, bloß da ist es egal, weil da hat es bei mir halt eben auch, das war mein letztes Lightning-Kabel, was ich sonst hätte mitschleppen müssen und das hat das genau erübrigt, weil dann hast du halt deine AirPods auch unter Kontrolle, selbst die AirPods Pro 2, die halt noch das Lightning mitbringen und nicht die neueren mit USB-C. Genau. Und das ist ganz praktisch, wenn man da mal sich das eine Kabel, das letzte Lightning, dann vielleicht noch sparen kann. Vielleicht hat man aber auch noch die Lightning-Maus, die man von unten tanken muss und dann ist sowieso… Ja, irgendwo taucht immer noch so ein Lightning-Gerät aus. Oder Kinder, die noch kein iPhone 15 haben, ich meine, nur mal so aus der Hüfte geschossen. Ich weiß ja nicht. Also es gibt auf jeden Fall an vielen Stellen die Möglichkeit, Lightning noch einzusetzen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, ich habe auch so lustige Kabel, das sind so USB-Micro und Lightning und 30-Pin in einem Kabel. Die kann ich dann jetzt auch rausschmeißen. Ja, 30-Pin. Obwohl ich letzte Woche gerade ein iPod geladen habe, ich meine. Oh, oh, uff. Die waren, diese Dreifachkabel, die waren bei diesen zylindrischen Powerbanks dabei, so lange ist das her. Ja, ja, okay, okay. Ja, ja. Da weißt du wirklich, du kannst schon ein ganz gutes Alter beziffern. Ja, und nochmal der Hinweis, Watch Charger aus dem AliExpress-Fachhandel lieber meiden, sondern da genau drauf gucken, dass die wirklich echt sind. Da hatte Apple auch neulich so ein Dokument für, wie die sich melden müssen, dass du siehst, dass die von Apple sind, nämlich wenn du in einem Mac steckst, dann sollte dort im Device Manager auch stehen, dass die von Apple sind. Und das ist ein relativ sicheres Zeichen, dass es halt nicht irgendein Larifari-Quatsch ist. Ach, was soll da schon abbrechen? Ja. Ja. Ja.